Hallo Leute herzlich willkommen zu einem neuen angespielt an dungeon heißt das spiel gibt es auf steam es gibt davon auch eine soweit ich weiß kostenlose demo die muss in der regel kostenlos eine kost eine demo und ich habe gesehen dass das autosave alle fünf sekunden macht also alle fünf sekunden speichert er automatisch wir lassen es mal gucken was das bedeutet ob uns das nervt oder nicht so mein menü ok wir werden alles noch hinkriegen new game voids lockt und lockt alles klar wählen wir das mal wählen wir das void die lehre und gucken was passiert laughing machine lauter noch strange isn't it from childhood we have been told that the universe is it was said that there are millions of worlds and that none of them can be reached they said that they were thousands of light years away from us but what if this is not the whole truth what if we live in a multiverse where a thin membrane separates words from each other and this membrane is not as strong as it seems seven words seven variations of earth were instantly merged those few who have survived called this cataclysm the shift okay let's go wir sind ein voigtemaster ich kann nur hin nach oben hier geht es tatsächlich lang what are you who are okay okay können wir uns hier schon alles durchlassen habt ihr bock drauf alles klar ich habe gerade schon gesehen dass es recht lang ging als die dialoge durchgeklickt habe suchen wir mal oh clear rips by pressing space react with child on yourself okay und was haben wir hier noch jetzt haben wir jetzt mal richtig ist das ja nur ohne attack teleport let's go lassen so wohin teleporten die haben ihr ziel erreicht oder 10.000 Jahre zuvor stand da gerade. Spiegel. Aha. Ok. Dimension unknown. Ah guck mal da krabbelt was. Die Fernkammer sind doof. Seid bitte keine Fernkammer. Organe? Mhm. Alles pick upen. Alles alles alles. Pick up. Freeing nice. Wurfmesser nice. Gibt es auch noch. So. Sehe ich denn irgendwo mein Inventar hier als Equipment. Materials. Insectbrain ist wahrscheinlich das Organ gewesen. Piu. 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 Gibt es auch sowas wie Erfahrung? Ich kämpfe ja ungern für nichts. Aua. Aua. Aber wie viel damage macht denn der bitteschön. Essence value 5. Ok. Was hab ich da gemacht? Explosives. Hab ich scheinbar. Ach. Ach. Wir kommen wahrscheinlich was eintauschend. Zack. 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 Die Essenz. Alter. Ist den Charger so heftig? Wir konnten die Essenz eintauschen, die wir ja von den Genern kriegen. Drittisch kann man die auch alles kaputt machen. Ob das was bringen? Keine Ahnung. Guck mal. Lagerfeuer. Eine Kreatur. Neue Mission. Meet with Duddy. Na dann treffen wir uns mal mit Duddy. Strange place. 16 Tage. Lass mal. Minus 2 Tage. Muss ich doch da hin. 16 Tage. Ich hab gleich keine Dimensionskram mehr. Ich glaub ich brauch welchen davon sonst sterbe ich. Ja. Es scheint so eine Art Nahrung zu sein. Aber schnell genug killen. War das gewesen? Irgendwelche Viecher. Oh der wirft was. Armored Enemies. Sie sind gepanzert? Hm. Fangets. Ja ja klar. Gib mir noch mehr Informationen. Weil ich da total Bock drauf hab alles zu lesen. Macht total Spaß. Aua. 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 Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Da hat mich gerade einer abgeworfen glaube ich. Gut. Lass uns wiederbeleben. Immer am. Okay der wird wiederbelebt. An unserem Spiegel. Was gibt's hier unten noch schönes? Das ist voll leise oder? Ich glaube das ist wieder ultralaut. Muss ein Stück lauter machen. Du kannst doch nicht fernkämpfen und nochmal zusätzlich Nahkampf machen. WTF? Ist ja nicht erlaubt. Geil oder? Mega gut gegen sowas zu kämpfen. Hey. Macht Spaß. Schießt mich schon wieder eine ab. Oder versucht mich zumindest eine abzuschießen. Also ich hab tatsächlich nur diesen einen Angriff. Nichts anderes? Ist doch voll bescheuert. Ich will ja nicht nur mit einem Angriff angreifen. Ist doch voll langweilig. Und dieses Charge und dieses Dash ist auch voll bescheuert. Wenn ich dann nicht unbesiegbar bin. Wenn die mich eh verfolgen und dann töten. Beknackt. Request Item. Wie er einfach Nahkampf und Fernkampf macht. Ich hab die Key bekommen. Hm. Consumables. Damage. 125. Nomad. Das hat die Wurfmesser. Sondern. Höchstwahrscheinlich. Habe ich das nicht? Ah. Bloody. Hier ist ein anderer. Das. Oh. Dort. Ah. Aha. Okay. Ein Skill den ich scheinbar hatte. Den ich jetzt einmal ganz oft umsonst genutzt habe. Da ist der Bloody. Der Bloody Key der genutzt werden muss. Let's go. Und da kriegen wir wahrscheinlich den anderen Key. Steine. Können wir auch werfen. Oh. Fallen. Auch geil. Wie kann ich die Fallen. Die Dinger schmeißen. G. Die. Den können wir auch so dodgen. Passt schon. Oh, was? Nooo. Seine Aufgabe ist es mich zu töten. Ach. Du gehst mich ja nie down. Du Lutscher. Ja. Viel zu gut für dich. Ähm. Ich muss dazu sagen. Nicht er hat mich getötet. Ja. Ich habe gesagt. Er schafft es nicht. Ja. Ist er bescheuert? Inventory. Character. World. Sollten wir jetzt zum Strange Place gehen? Vielleicht ist der Ort eh besser für mich. Zum Kämpfen. Pia. Da ist ja das gedacht. Mechanical Claws. Ja. Ist das eine Waffe? Jetzt habe ich eine Waffe, wa? Na ja. Cooler. 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 Wo laufe ich denn hier lang? Alter. Voll am Arsch der Welt. So. Ich hab's schon mal hin oder was? Ich dachte ich muss noch was sammeln. Boah. Na es kommt davon wo nicht alles geliezt, wa? Teleport. Q Dimensions. Strange Place. Oder halt zum Hub. Ne, The Void. Hier sind wir schon. Gehen wir mal dahin. Oder hier. Zur Welt. Eine Keystep. 100 Assents. Ich habe sieben. Ich würde mal einen neuen Clown gerne um jemanden töten, aber wir wollen die alle nicht mehr. Ja. Was warum ich hier sollte? Ich komme auch gar nicht mehr zurück. Oh man. Lass mich da mal kämpfen. Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Nischt. Nischt ist hier. Ist auch nix. Sieht nicht so aus, ob es hier irgendwas gibt. Damit kann ich nichts machen. Da habe ich keine Punkte für. Der Teleporter funktioniert nicht. Jetzt funktioniert der Teleporter. Ist doch ein Drecks. So ein Ding. So ein Ding. So ein Ding. Und jetzt? Void. Was habe ich damit jetzt gekonnt? Da hin. Dauert sieben Tage. Okay. Ich kann gerade noch so. Enter. Gibt es hier ein paar Gegner? Normal. Nomads. Muggler. Ein Händler mit dem man handeln könnte. Items. Fähigkeiten vielleicht. Wir wollen alle nur quatschen. Und alle nur reden. Aber ich möchte nicht reden mit denen. Ich möchte kämpfen. Ich freue mich mal über welche von diesen neuen Dingern da. Jetzt kann ich mich hier nicht mehr fortbewegen. den Sinn von dem Spiel habe ich noch nicht ganz verstanden. Und das ist gewiss nicht daran, dass ich den Text nicht lese. sondern einfach das ist. Gott, alter. Welche Krabblerviecher hier. Ah, da unten. Warum komme ich nicht da unten hin? Heil Items. Ja gut. Dass es scheinbar gerne Gegner gibt. Doch, da sind Gegner. Herr damit. Irgendwann nur einen Clown austesten. Aber die sind gar nicht feindlich. Bescheuert. Aber die sind ja nicht feindlich. Der Fuck. Die sind alle böse. Seid böse. Gut Leute. Ein Dungeon. Das ist wirklich kein Dungeon in dem Game hier scheinbar. Ja. Nix. Nur quatschen. 95% Gerede. Wenig Gekämpfe. Gefühlt. Ich habe gegen einen verloren. Aber halt nur, weil er dann die Bombe kam. Das ist ja logisch. Ansonsten hätte der mich niemals gekillt. Huah. Verdammt. Verdammt. Geht nicht mal. Geht nicht mal. Weil ich dann wirklich außerhalb der Map sein müsste. Ich bin das noch direkt in der Stadt. Ich müsste draußen sein. Ähm. Tja. Jetzt mein Charakter. hier. Ich könnte Upgrades irgendwann mal kaufen. Ich könnte Upgrades irgendwann mal kaufen. Die kleine Einführung hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. 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 Ciao.